Hier ist das Erzgebirgische Fernsehen mit der Tagesschau. Klick auf ihr Leute. Heute gibt es noch eine Nachricht. Schnee, Schnee, Schnee und nochmals Schnee. Das Erzgebirge versinkt im Schnee. Wir geben ab zum Wetter. Klick auf! Ja, guten Abend meine Damen und Herren. Wie der Kollege schon eingangs sagte, Schnee, Schnee, Schnee. Ein Tiefdruckgebiet kommt von Schweden und zieht herunter und bringt jede Menge Neuschnee, vor allem in den mittleren Lagen, wie hier im Erzgebirge. Schnee, Schnee, Schnee. Ich kann nur sagen, ziehen Sie sich warm an und halten Sie sich gut fest, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Guten Abend und klick auf! Es schneit die ganze Nacht, wie Hi-Fi aufgewacht. Ich guck zum Fenster raus, auch wie ich muss gleich raus. Ein halber Meter Schnee liegt genau vor unserer Tür. Ich schipp so gern und geh, ich kaut nisch dafür. Ich nimm mein Schnee-Ship und schipp in Gang. Na, meine Schnee-Ship dauert gar nicht lang. Na, meine Schnee-Ship und schipp in Haufen auf. Ich schipp bloß noch hier fertig und dann komm ich nauf, und dann komm ich nauf, und dann komm ich nauf, und dann komm ich nauf. Ich komm klein auf, es schneit ein Herd mit auf, der Winter ist gut drauf. Der Flocken sei rach dick, es macht das Spiel verrückt. Der frisch geschippte Hof, der Lische wieder voll. Ich muss gleich wieder schippen geh, denn schippen find ich toll. Ich nimm mein Schnee-Ship und schipp in Gang. Na, meine Schnee-Ship dauert gar nicht lang. Na, meine Schnee-Ship und schipp in Haufen auf. Ich schipp bloß noch hier fertig und dann komm ich nauf, 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 und dann komm ich nauf. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Durchsage. Heute Nachmittag sind für das Erzgebirge neue massive Schnee-Talappen geliefert. Ein Tiefausläufer aus Schweden solltest du 70 cm Neuschnee-Talappen geliefert. Hier lassen sie nicht heraus, es besteht Lawinengefahr. Und wo ist meine Schnee-Ship? Das ist meine Schnee-Ship. Das ist meine Schnee-Ship. Geht das wieder los? Das ist meine Schnee-Ship. Na, nimm mal auf. Das ist meine Schnee-Ship. Du hattest Lawinaballern. Genau, sie hat nimm mal auf. Das ist eile Schnee-Ship. Das ist zwei eile Schnee-Ship zusammen. Ich nimm mein Schnee-Ship und schipp in Gang. Nimm meine Schnee-Ship dauert gar nicht lang. Nimm meine Schnee-Ship und schipp in Haufen aus. Ich schimp' bloß noch hier gar nicht und dann komm' ich nauf Und dann komm' ich nauf, Mutti Und dann komm' ich nauf, Mutti Und dann komm' ich nauf, Mutti Und ich komm' dann nauf Der Schnee ward immer mehr Die Schippen fällt mir schwer Ich komm' gar nimmer noch Langsam ist es ne Gebloch Ich trink erst mal'n Tee Und geh' dann in mein Bett Ich tram' halt von dem Schnee Das kauf schon lange net Ich nimm mein Schneeschipp Und schipp' in Gang Nimm meine Schneeschipp Dauer gar nicht lang Nimm meine Schneeschipp Und schipp' in Haufen auf Ich schipp' hier rot im Traum Und wenn ich aufwach, komm' ich nauf Schneeschipp? Schneeschipp? Ich nutz mich auf Ich helfe dich auf Ist so eine Schneeschipp Oh pool! I Loto w does my Unfortunately I pay attention Du bist 90 orangen Jaaa! Nimm 90 orangen Nimm 90 orangen Nimm 90 orangen Nimm 90 orangen Trem da Kommt drauf auf, bei ein Schleisch im Gesamt! Ich hab ihn die ganze Zeit lang! Weeeeeee! Wir haben uns! Es müssen wir da, ich hab's! Ich kann mich daran merken. Sieh noch mal! Hahahaha! Er hat sich durch ihn! Hahahaha! Aufi, ich muss gleich raus. Meine Beine sieht man nicht. Klick auf, ihr Leute. Heute gibt es eine Ahnenachricht. Schnee, Schnee, Schnee und nochmal Schnee. Das Erzgebirge versinkt im Schnee. Wir geben ab zum Wetter. Klick auf. Das ist Klick auf, hier ist doch guten Tag. Und mach's gut. Klick auf, klick auf. Und ich kommt gleich raus. 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 Guten Abend, meine Damen und Herren. Und klick auf. Du mal deinen Scheiß, klick auf. Ey, das ist ein Erzgebirgisches Video, was soll denn das? Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Klick auf, ihr Leute. Ich komm gleich raus. Und dann komm in die Nacht. Und dann komm ich raus. Und dann komm raus. Ich komm gleich raus. Und ich komm raus. Ich schipp' noch Feuille. Ich komm' in die Feuille. Was ist, wenn wir zur Maltriege müssen? Hast du Angst mehr an kein Schnee noch? Geil. Wir müssen auf den Geburtstag. Ich hab eigentlich die Geplänzelt zwischendurch verankt. Geplänzelt? Ich hab die Geplänzelt. Ihr guckt das doch mal an. Mit dem Schnurrigen, das müssen wir noch drauf. Also ich fand das richtig gut die Szene.